Subjekt eines Lebens oder nicht, das verlasse ich, diesen intuitiven Bereich und sage, es gibt jetzt objektive naturwissenschaftliche Kriterien. Kurz, was das Bewusstsein ausmacht, so wie ich es jetzt konstruiert habe, es gibt sozusagen in seiner elementarsten Form, im Kernbewusstsein, ist es bereits ein Verstehen der momentanen Situation, zum Beispiel eben, ich habe Angst, es ist also, oder ich empfinde Schmerz, es ist also bereits, es bringt die Leidensfähigkeit mit sich, es bringt auch Autonomie mit sich, nämlich die Fähigkeit zu reagieren auf das Verstehen, ich verstehe etwas und ich mache deswegen etwas. Das ist die Autonomie, auf einem sehr elementaren Level, aber jedenfalls im Prinzip da. Individualität, das Bewusstsein ist immer singulär und es ist bereits ein Selbstbewusstsein, weil das Bewusstsein auf seinem elementarsten Level ist schon eine Selbstbezogenheit. Ich habe Angst, ich empfinde Schmerz. Ich überspringe jetzt aus zeitlichen Gründen ein bisschen was. Was Bewusstsein noch mit sich bringt, ist eine Reihe von anderen Kriterien. Ich habe sie schon ein bisschen angesprochen, aber selbst das englische Höchstgerecht ist der Meinung, dass sein Bewusstsein Interessen mit sich bringt. Und ein paar der anderen habe ich hier schon genannt. Rachel sagt, es macht das in einem biologischen Leben, ein biografisches Leben. Bewusstsein kreiert das Subjekt, die subjektive Welt sich. Und Bewusstsein geht auch damit einher, notwendig damit einher, dass man die Welt mit Werten füllt, dass man etwas als positiv oder negativ bewertet, beziehungsweise manches ist einem auch wurscht. Und dieses Bewerten ist eben jetzt etwas, was ich will, was meine Autonomie will, das ist positiv. Was ich nicht will, ist sozusagen negativ. Und, naja, als Beispiel, was mir schmeckt. Da schmeckt mir etwas, da wäre ich positiv, das will ich. Das kann verschiedene Gründe haben, es kann auch unbewusste Gründe haben, es kann mein Instinkt mehr sagen, es kann konditioniert worden sein, immer wenn ich etwas esse, ist irgendwas im Fernsehen gewesen, dann schmeckt es mir nicht mehr. Oder es kann bewusste Gründe haben, dass mir sage, ich möchte extra etwas gesundes oder etwas biologisches essen. Aber jedenfalls ist auch die Leidensfähigkeit ein Spezialfall dieses Bewertens des Bewusstseins. Und zwar zum Beispiel esse ich etwas und mir wird schlecht davon, weil es vielleicht in irgendeiner Form vergiftet war oder etwas abgelaufen. Und dadurch leide ich und bewerte dann diese Nahrung, dieses Nahrungsmittel als negativ. Es ist für meinen eigenen Willen nicht förderlich, das zu essen, weil durch dieses Leiden bin ich in meiner Autonomie eingeschreibt. Die Leidensfähigkeit wird damit zum Spezialfall dieser Fähigkeit des autonomen Bewusstseins zu bewerten. Ein kleiner Exkurs zum Bewerten und zum Vergleich zum Bewerten, und das bringt vielleicht ein tieferes Verständnis, warum der Utilitarismus nicht funktioniert. Wenn ich jetzt auf diese Weise subjektive Werte einführe, dann ist eben etwas gut, wenn es sich in meinem Präferenzensystem als gut zeigt, das eben aufgebaut wurde durch mein Leben, dass ich eben zum Beispiel konditioniert bin oder dass ich gewisse Sachen verstanden habe und deswegen gewisse Dinge als gut oder schlecht empfinde. Und negativ jedenfalls bezüglich meines persönlichen Präferenzensystems, das ich im Laufe des Lebens als bewusstes Lebewesen aufgebaut habe. Und wenn man jetzt etwas als einen konformen Aspekt des Lebens definiert, als jenes, das, wenn man es ändert, mein Präferenzensystem nicht ändert, also zum Beispiel esse ich die Birne oder esse ich einen Apfel, da kann ich sagen, mir ist dieser Apfel jetzt mehr als die Birne, weil er mir besser schmeckt oder weil ich ihn schon lange nicht mehr gegessen habe oder dergleichen. Das ändert mein Präferenzensystem nicht. Die strukturellen Aspekte des Lebens ändern es aber, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mein Bewusstsein austausche und frage, dieses Schwein möchte das lieber, diesen Apfel oder die Birne essen. Und diesen Wechsel des Bewusstseins oder Wechsel des Körpers, der wechselt das Präferenzensystem. Und daher wird es dann nicht mehr vergleichbar. Es bleibt nur vergleichbar bezüglich dem selben Präferenzensystem. Und beim Multilitarismus mache ich aber genau das. Da nehme ich eben zwei verschiedene Lebewesen und das Leid des einen versuche ich mit dem Wohlgefühl des anderen aufzuheben. Und das kann ich aber nur bezüglich konformen Aspekten des Lebens, die das Präferenzensystem nicht wechseln, aber nicht bezüglich strukturellen Aspekten des Lebens. Na gut, jetzt habe ich das Problem beim Aufbau einer Ethik, dass ich eben, bei einer deontologischen Ethik, dass ich etwas wie so etwas allgemein gut oder böse oder richtig oder falsch ethisch konstruieren möchte. Das Problem ist nur, dass das natürlich nicht geht, weil es kein absolutes Präferenzensystem gibt, weil eben alle Werte ja sich letztendlich auf ein subjektives Präferenzensystem beziehen. Und ein klassisches Beispiel des Fehlglaubens eines solchen absoluten Wertesystems wäre, das, was ich bei Regeln im Rettungsbootbeispiel identifiziere, dass sozusagen komplexere Wesen als ein allgemein höherer Wert interpretiert wird. Man muss sagen, dass die Evolution strebt als universelle Kraft nach Höherem, nach Komplexerem, und damit ist das Höhere, das Komplexere absolut ein höherer Wert. Und das ist also in Zweilechtssicht falsch. Einerseits strebt die Evolution nicht nach mehr komplexen Wesen. Die Version, aber auf der anderen Seite ist es eben eine Kategorienverwechslung, etwas, selbst wenn die Evolution in diese Richtung sich bewegen würde, heißt das nicht, dass wir das allgemein als positiv beurteilen sollten. Also der Übergang vom Sein zum Sollen wird hier eben ignoriert. Das heißt, wir können solche absoluten ethischen Werte nicht haben. Eine andere Möglichkeit, die zu konstruieren ist durch einen sogenannten Kognitivismus, dass man sagt, die Menschen sind sich zumindest einig, ganz einfach deswegen, weil sie eine lange, eine gleiche Evolution teilen. Und das gut und schlecht, oder ethisch richtig und ethisch falsch, so eine Art sekundäre Qualität von realen Dingen ist wie für eine Farbeentfindung. Nur wäre auch das, wenn es denn existiert, auch keine Objektive, sondern am besten Falle eine anthropozentrische Ethik, weil natürlich, dass die Menschen betrifft Wesen, die evolutionär diese Geschichte nicht teilen und damit diese Werte nicht, die würden dann ja auch dem nicht zustimmen. Und wenn ich jetzt eine Ethik habe, die alle bewussten Wesen umfassen soll, oder überhaupt alle, dann kann ich da also auch nicht weitergehen. Und deswegen möchte ich jetzt eben diese sogenannten kategorischen Werte aus diesen subjektiven Werten konstruieren. Und wie mache ich das? Ich versuche es kurz zu skizzieren. Ich versuche zunächst einmal zwischen Interesse und Willen zu teilen. Wille ist das, was ich bewusst will, zum Beispiel, ich will Schach spielen. Interesse ist das, was ich mir nicht bewusst bin, was ich aber auch brauche, um meinen Willen sozusagen in die Realität umsetzen zu können. Das heißt, es ist mir bewusst, ich brauche zum Schachspielen eine Partnerin, ein Schachspiel und ein bisschen Zeit. Es ist mir aber vielleicht nicht bewusst, dass ich dafür auch einen Herzschlag brauche und gewisse Grundvoraussetzungen, die mir es überhaupt ermöglichen, dieses Schachspiel zu machen. Und deswegen nenne ich diese impliziten Voraussetzungen, das ist mein Interesse, die expliziten, die bewussten Voraussetzungen nenne ich meinen Willen. Und jetzt kann ich auf diese weite Weise eben sozusagen kategorische Werte finden, nämlich die Grundvoraussetzungen, die für jedes Wollen gegeben sein müssen. Und ich meine, das sind eben diese Grundfreiheiten wie Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Leben, Freiheit und Unversehrtheit sind immer notwendig, um einen Willen, um ein Wollen durchführen zu können. Sie haben also grundsätzlich einen instrumentellen, positiven Wert für jedes Wesen, das etwas wollen kann. Und deswegen nenne ich sie kategorische Werte. Selbst wenn ich mein Leben nehmen will, brauche ich es zuerst, um diese Handlung setzen zu können. Ich muss also, um etwas, um einen Willen umsetzen zu können, brauche ich diese Grundwerte. Und jetzt, dadurch werden sie von rein subjektiven Werten, zu allgemeinen sozusagen gültigen, für alle bewussten Wesen gültigen, kategorischen Werte. Und auf dieser Basis, meine ich, kann man eben jetzt so eine deontologische Ethik bauen. Was ich dazu jetzt noch kurz brauche, ist der Begriff des Rechts. Wenn wir wollen, ich möchte ja letztendlich die Rechte konstruieren. Und dazu ein kurzer Exkurs. Die Frage ist, ist Recht etwas Naturgegebenes oder ist das etwas Menschengemachtes? Ich meine, ein Recht ist immer, also ist jedenfalls meiner Definition nach so zu sehen, dass es immer eine Forderung gegenüber einem Gewaltmonopol ist. Was meine ich? Ich meine damit, wenn eine Gruppe von Wesen, eine Gesellschaft schafft und sich dort ein Gewaltmonopol hinsetzt, zum Beispiel eine Exekutive, die sozusagen wesentlich stärker ist als der Rest, dann kann man auf diese Weise individuelle Gewaltakte hinteranhalten. Und dieses Gewaltmonopol ist jetzt aber unendlich sozusagen viel stärker als die einzelnen Individuen. Und daher müssen die einzelnen Individuen einen gewissen Schutz vor diesem Gewaltmonopol haben. Und dieser Schutz, das sind die Rechte, das sind die Forderungen an das Gewaltmonopol, dass es gewisse Grundrechte eben respektiert, also gewisse Sachen an einem respektiert und auch diese Dinge schützt davor, dass andere Individuen sie einen nehmen wollen. Ich verstehe also Rechte nicht als Naturrechte, sondern immer als Ansprüche gegen einen Gewaltmonopol. Das muss keine menschliche Gesellschaft sein, wenn eben eine andere Gesellschaft auch ein Gewaltmonopol konstruiert, dann gilt das dort genauso. Gut, und jetzt leite ich auf diese Weise diese Tierrechte her. Ich habe schon versucht zu sagen, dass diese Grundfreiheiten von Lebenfreiheit und Unversehrtheit eben solche kategorischen Werte für alle bewussten Wesen sind. Jetzt gibt es Wesen, die eben das verstehen, die zu ethischer Reflexion fähig sind und daher erkennen, dass diese Grundfreiheiten für sie wichtig sind. Sozusagen, dass diese Grundfreiheiten nicht nur in ihrem Interesse sind, sondern dass sie sie aktiv selbstbewusst wollen. Und weil sie das tun, fordern sie als Mitglied der Gesellschaft gegenüber diesem Gewaltmonopol die Einhaltung dieser Grundrechte auf ihre Grundfreiheit. Mit der Begründung, sie brauchen das eben als notwendige Voraussetzung, um ihre Autonomie leben zu können. Vielen Dank.